Wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen und haben mit den Jürgen-Württemberg und haben mit den Jürgen-Württemberg verursacht. Sie kamen aus Kanada, Ghana, Indien, Indonesien oder Vietnam und brachten die Grenzen damit. Unter anderem in Lerwach, im Landkreis Weizu, in Freiburg, Mannheim und im Kreis Reutlingen traten erste Erkrankungen auf. Das Landesgesundheitsamt empfiehlt besonders Fernreisenden, sich ab sofort gegen Influenza impfen zu lassen. Unabhängig davon ist die Zeit zwischen Dezember und November auch für daheimgebliebene laut Landesgesundheitsamt die beste Zeit für Schubsimpfungen gegen saisonale Körpererkrankungen. Das Wetter. Aktuell in der Region Esslinge, Nebel 7 Grad, Wüttelswucht, Nebel 8 Grad und Döcklingen berührt 5 Grad. Heute wird es in Sicht Wolken und Sonne ab. Die Quellwolken bringen später Schauer und 1 Milliliter. Die Temperaturen steigen in 14 Grad auf den Füdern und bis 17 Grad.